So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Erohard. Also das scheint ein Bug zu sein, wenn es in der letzten Folge rausgehauen hat. Ich darf diesen Stab nicht benutzen, ohne dass da was in der Nähe ist. Hier müssen wir halt erstmal gucken hier. Ach, ah, jetzt, aber. Steuerung funktioniert wieder einwandfrei. Oh, Herzchen. Okay. Oh. Na, das ist ein bisschen sehr voll hier. Hm. Na. Okay. Die wird. Oh, was hat sich hier jetzt verändert? Nichts. Nur dass die Teile immer noch da sind. Ah ja. Ach, verdammt. Eisenrüstung. Ja, na klar. So. Naustens Treffen, sonst habe ich ein Problem. Das gibt es doch nicht. Wieso trefft mich der denn immer? Okay, so. So. Okay. Hier ist nichts. Das? Ach, Mann. Moment. So, jetzt aber. Vorsicht walten lassen. Das ist schon wieder blöd. Ich weiß jetzt nicht, wo das Teil war. Ach so. Okay. Na ja, dann müssen wir es halt so machen. Einfach nur, damit wir überhaupt durchkommen. Verdammt. Huch. Ach, nein. Ach. Das macht das Ganze natürlich etwas schwieriger. Ich guck mal kurz. Ich werde aber nicht darüber kommen, oder? Ich habe ja dort diese Plattformen. Ach, verdammt. Ich probiere es einfach mal aus. Oh. Ah, doch. Aha. Okay. Krass. Habe ich nicht gedacht. Also, liebes Entwickler-Team. Ich hoffe, ihr seht das. Es ist dezent verbackt hier. Du hast den seltsamen Apparat gefunden. Das ist sehr gut. Huch. Dann hätten wir ja das. Und dann können wir ja noch mal komischen Wesen gehen. Ich wechsle mal lieber die Waffe. Nicht, dass ich hier aus Versehen auf X komme. Oh. Ja. So an sich finde ich das Spiel nicht schlecht. Das macht Spaß. Aber wie gesagt, diese Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit dem Stab nicht so ein Teil triffst, dass es dich dann gleich komplett aufhängt, das ist natürlich blöd. Aber gut. Was sind solche kleinen Kinderkrankheiten, die hoffentlich behoben werden? Weil. Naja. Schauen wir mal. Ah. Du hast ihn gefunden. Und hier ist sie wie versprochen. Was ist das? Wo hast du die rote Perle gefunden? Was mache ich jetzt mit der roten Perle? Halt, warte mal. Ähm. Hier nicht. Ist auch nichts passiert. Eine seltene farbige Perle, von der ich gehört habe, dass sie mit Mana durchdrängt ist. Okay. Hilft jetzt uns wie weiter? Oh nicht wahr. Ich habe immer noch, ähm, das Problem, dass ich immer noch nicht an diese Herzmelone rankomme. Ich hier immer noch nicht hinkomme. Ich kriege dieses Ding immer noch nicht weg. Und was sind das da eigentlich für blaue Punkte? Ist egal. Vielleicht erfahren wir das noch irgendwann. Oh, jetzt müssen wir uns mal wieder gucken, wo dieses Schnellreise-Ding war. Das ist ja zum Beispiel nicht auf der Karte eingezeichnet, was ich blöd finde. Ich finde das blöd. Ah ja. So, hier ist das Teil und ist das eingezeichnet? Nein. Egal. Ein bisschen heilen. Dann zurück in den Wald. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind Ideen drinne, die finde ich echt supi. mit diesem großen Kartenzeichner, der mir Schnellreisepunkte ermöglicht dadurch. Zombies. Oh, herrlich. Muss ich mal nur mal gucken. Wo es jetzt hier weiter geht. Ach, na klar. Mein, wie kann man denn jemanden mit Bombe beerdigen? Das wird auf jeden Fall nicht sein letzter Wunsch gewesen sein, oder? Chatonium. Chatonium. Puruliam. Mussten sehen, wie der tödliche Loch Lach... Lachspilz schmeckt. Mussten sehen, wie der tödliche Lachspilz schmeckt. Oh, 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 oh. Ne, hier wollen wir nicht hin. Hier geht's weiter. Katakom? Na, Dungeon Fairer. Hm, die Kruft. Ich komm hier aber nicht weiter. Doch, komm ich? Mit Wasser? Ach, jetzt, 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 jetzt wird's verrückt. Mit Wasser. In mir? Oh, wisst ihr, jeder Dungeon ist so verdammt dunkel und der hier ist noch dunkler. Weil das natürlich eine Kruft sein muss. Oh, es tut mir unheimlich leid. Ich glaub, auf YouTube ist es noch dunkler. Okay. Dann werden wir diesen Dungeon mal schnell hinter uns bringen. Oh, meins. Ein Fläschchen. Gut. Da oben ist noch eine Truhe. Die würde ich gerne mitnehmen. Auch wenn's nur 20 Perlen sind. Ist hier irgendwas? Ist das eine Tür? Nee. sieht aber aus wie eine. So, mal hier. Warum? Warum? Warum kann ich damit die Fackeln entzünden? Na gut. Dann ist es halt so. Aber ich hätte langsam mal nichts gegen eine Kleidung. so runterspringen kann er ja nicht. Au. Au. Natürlich Bodenplatten. Ja. Ja. Ja, von unten. Wie, geh mal hin. Hm. Na genau. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Aber warum kann ich denn beide aktivieren? Jetzt ist die andere Tür aufgegangen. Aber jetzt bin ich verwirrt. Oh, jetzt muss ich... Aua. Boah, das gibt's nicht. Was sind denn hier bitte Bodenplatten? Die Dinger hier? Tatsache. Okay. 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 Warte mal. Och, wenn der Dungeon verdammt dunkel ist. Aber der gefällt mir vom Design her. Ja. Ich hab's gewusst. Och. Und wieder. Und wieder. Ich seh diese Platten nicht. Ich. Ich trau mich ja gar nicht mehr ohne Schild durch. Ach, überall sind offene Särge. Was soll denn das? Ja. Und es ist wieder ein Falle. Entschuldigung. Aber ich seh hier gar nichts. Ach, die sind auch weg. Okay. Hier ist was ja. Hier ist ne Platten. Ne. Ne. Hier geh ich nicht weiter. Hm. Langsam bewegen. Ja. Und es ist wieder von unten gewesen. Was soll denn dieser Mist? So. Warte mal. Nein, 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 nein. Ich muss hier erstmal einen Drang nehmen. Ein Schlüssel. Nein. Die Schlüssel haben wir. Und noch nicht das richtige Schloss. Oder die richtige Tür dafür. Ach, ja, 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 ja. Nicht, au. Oh, alt. Ja, ist gut. Wo ist denn hier die Tür? So. Und dann hier rein. Hm. Hm. Warte mal. Ich muss mal ganz schnell die Brune wechseln. So. Und weil wir die wahrscheinlich nachher wieder brauchen, nehmen wir noch die dazu. So, okay. Und nun? Okay. Es ändert sich alles. Boah. Mann, warum? Warum muss das so dunkel sein hier drin? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Herz. Ich bin mir mal spannend, was hier das Item ist, was wir bekommen. Bis jetzt haben wir ja in jedem Dungeon. Aber bis jetzt haben wir ja in jedem Dungeon irgendwas bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Fackel ist oder sowas. Wie soll ich das machen? Sag mal. Och, die stehen da drauf. Diese Geschwindigkeitsteile. Ja. Oh, Gott. Oh, eine Rune. Was, die Rune des Flugs? Wovon... Was heißt, was? Ich kann die gar nicht aktivieren, weil mir einfach mal Mana fehlt. Das ist ja schön. Toll. Soll ich die Rune jetzt probieren? Hör mal, vielleicht ist da hier unten eine Mana-Kugel. Nö, eine Flasche ist auch gut. So, na gut. Gehen wir uns mal wieder zurück. Aber wir können ja mal gucken. Ohne der Fl... Ach, Flucht! Ohne der Flucht! Warum die Rune der Flucht? Ist das, ich kann aus dem Dungeon entkommen? Dann einfach schon, ja? Hm. Ja, es ist so... So gemein. So. Jetzt wäre ja eigentlich nur noch dieser Weg hier offen. Und hier, meine Freunde, würde ich sagen... Probieren wir es in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwie durchkommen. Müssen wir sehen, es ist so dunkel. Und ich sehe leider auch keine Fackel gar nichts. Mal schauen. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so seid, lasst mir lieben gerne ein Däumchen da. Ich würde mich sehr erfreuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.